Hallo, mein Name ist Armando, ich bin Brasilianer, aber meine Geschichte hat eigentlich in Berlin angefangen, als ein Freund mir MedicoFry empfohlen hat und zuerst war ich ein bisschen ängstlich, aber MedicoFry hat alles besprochen und mir erklärt, wie es funktioniert und dann habe ich mich eigentlich entschieden zu kommen und ich empfehle es ganz bestimmt, alles hat super geklappt und ich habe alles mit ihm besprochen, sie haben mir detailliert den Prozess erklärt und wir haben uns dann entschieden, ich würde hier in die Türkei nach Pursa kommen und den Air Transplant machen und ich empfehle der ist ganz bestimmt, alles war ungefähr super klar, also als ich im Flughafen angekommen bin, da gab es einen Transfer, der Transfer hat mich ins Hotel gebracht und dann im Hotel, auch ein sehr gutes Hotel, dieses Morgen wurde ich dann hier vom Transfer genommen und hier in der Klinik gebracht und der ganze Team war klasse, alles hat super gut geklappt, da gab es auch eine Dolmetscherin ständig dabei, die mit mir auf Deutsch gesprochen hat und mich ständig gefragt hat, ob ich okay bin, ob ich jetzt noch etwas brauche und was war super cool auch, ist, dass am Anfang sollten es 3000 ungefähr Haarkräfte sein und eigentlich mehr 4000 und ein bisschen mehr etwa und ich muss sagen, ich bin super froh mit dem Resultat zu fahren und ich empfehle es ganz bestimmt, ich würde sagen, also man hat allen Support, man hat wirklich alles was man braucht, um hin zu supporten, der Türkei den Transplant zu machen und ich bin vor allem überrascht mit dem Bursa auch, denn man hört nicht von Bursa, man hört normalerweise von Istanbul und wie alles so perfekt funktioniert hat, also noch wieder empfehle ich es ganz bestimmt, war super und ich bin super glücklich mit dem Resultat. Wir sehen uns beim nächsten Mal.